Oh Skelette, Creeper, 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 Creeper. Ich renne einfach durch, Alter. Aber wie auch nur. Egal. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecrafts Revenge 3. Hallo! Gut, Alex, ready? Bin ready, ja. 3, 2, 1 und drauf. Na? Bin drauf. Sneak. Ach nee, ist ja eh keiner da. Außer Wolf Place. Jo. Geht, danke. Hast du hier zugebaut? Ja, kann schon sein, ja. Da wollte ich mich gerade lang bauen. Brauche ich mich halt hier lang. Iron haben wir mittlerweile echt schon heftig gemacht. Ja, brauchen wir ja auch, weil ich verzauber auf Eisensperter. Ich weiß ja nicht, auf was du verzauberst. Ja, komm. Aber mit Eisensperter kommst du besser, weil da kannst du immer auf Eisensperter gucken, dass du irgendwie Verbrennung draufkriegst oder sowas. Weißt du? Hm. Aber meine Dia-Spitzecke geht langsam flöten. Nicht schlecht. Ja, du hast das gerade einen Peak gehabt, gell? Hättest du ausnutzen müssen. Was? Du hast eine OP-Rechte gehabt. Muss man ausnutzen. Alex? Ja? Das ist unser Gang gewesen. Ja, das war unser Gang. Lol. Irgendwie haben wir unten schon alles weggemacht. Wollen wir hochgehen und wollen uns eine neue Höhle suchen? Ja, wenn wir wollen, weil wir brauchen keine Zuckerwass. Hm, deswegen ja. Weil ich immerzu komme ich auf dem selben Gang raus, wo ich vorhin schon gebaut habe. Weißt du? Ja, verstehe ich schon, ja. Ich bin gerade an unserem Crafting-Table rausgekommen. Hm. Ja, von mir aus können wir schon einmal Zuckerwass suchen oder sowas. Ah ja, schau, ich habe jetzt auch gerade wieder einen anderen Gang angefunden. Ich weiß halt nicht, ob das ein bisschen straight ist, wenn wir uns jetzt hier einfach gerade hochbauen. Entweder wir haben Glück und kommen direkt oben raus. Oder wir landen unter Sand und der Sand erschlägt uns. Ja, man weiß nie, weißt du? Hey, wir könnten aber das Schlucht hochbauen, ich habe die gerade wieder angefunden. Echt? Ja. Ja, ich strip meinen hier gerade noch kurz und dann können wir mal hochgehen. Ja, okay, meine Spitzhacke ist kaputt. Meine Dias Spitzhacke sagt auch gleich, fick dich. Hm, ja, nice. Da ist Iron, aber Iron haben wir ja genug, gell? Ja, ich glaube schon. Für Apfel kann ich gleich direkt ein Ding craften. Was? Ähm, eine Axt. Ich habe auch die Schlucht. Ja, okay. Mit Obsidian. Wollen wir uns da hochbauen? Kann machen, gell. Ich nehme die Öfen noch mit, gell? Was willst du noch mitnehmen? Die Öfen? Ja, ich habe es mitgenommen. Warte, wo bist denn du? In der Schlucht. Ein Stückchen weiter, weil ich gerade noch geradeaus weitergelaufen bin und strip meinen hier noch ein bisschen. Das ist okay. Wollen wir mal für zwölf? Ich bin jetzt auch in der Schlucht, die bauen wir mal bergauf, gell? Ah, da bist du. Hi. Ja, ich baue mich mal straight nach oben. Ja. Ich hoffe, dass keine Farbe umschütze oder so. Muss doch mal wieder runter schießen. Ja, wir haben schon übern Stack. Da drüben ist Gold. Können wir das noch mitnehmen? Ja, Gold können wir das mitnehmen. Unten ist auch richtig viel Redstone, aber hier müssten halt auch wirklich Dias sein. Im Normalfall. Ja, aber sie sind schon normal. Jo, als ob der Lava oberkommt. Ha? Als ob der Lava oberkommt. Echt? Ja. Verpiss dich dort, Alex. Hm. Ich kann den Lava-Küren mitnehmen. Wenn du damit spielen kannst, kannst du was gerne tun. Nein, ich kann damit eh nicht spielen. Nein, wir bauen uns so Fußstapfen-mäßig nach oben, weißt du? Also jetzt nicht so straight nach oben, sondern wie so eine Treppe. Ja, mache ich gerade. Du auch? Wo bist du? Ich bin da. Warte, ich bin schon ziemlich weit oben. LOL. Hast du da eine Treppe gebaut? Ja. Also zuerst die Schlucht weg auf, nehmen wir einen Coverstone und dann ist die Treppe. Dann komme ich wieder runter, dann baue ich mich bei dir hoch. Mhm. Die MLG-Wasser mache ich jetzt nicht, vergiss es. Wie viel Essen hast du eigentlich so? Hier gebraten erstmal. Okay. Hier, wo gebraten das Potato kann ich wegwerfen, oder? Ja. Ja, mache ich gleich. Da ist der Skelett. Schießt mich definitiv runter, wenn ich mich da hochbaue. Ja, ich bin draußen. Echt? Ja. Steht auch ein Enderman, scheiße. Ist da drauf? Ja, wir sind am Spawn. Ja, wir sind am Spawn. Echt? Ich sehe einen Spawn. Haha. Alles klar. Ich spawne einen Monster. Ich schreibe einmal Mumu daher, okay? Wo? In die Map hinein. Hört sich das, oder? Nein? Ja, wir sind das Beste, oder? Ja, es ist gerade Nacht geworden. Hm, deswegen, pass auf. Ja, mach mal so hoch. Was sehen, Enderman? Ich würde ihn ja gerne weghauen. Mhm. Hier ist der Gang hoch. Ja. Hier oben? Ja. Nice. Ich baue den Gang dann hier zu. Hier runter wärts, gell? Ich mach das. Ich mach das nicht so. So, wir treten. Also Spinnen töten... Was machst du denn? Hör auf, Alex! Ja, ich schaff da gerade Mumu, er ist U noch. Zwei Fäden. Nur sowas beim Ausrottieren, ey. So viel Scheiß dabei. Wo bist du? Ja, ich bin nur noch hier. Also, okay. Kommst du mit? Ja. Warte, ich... Hau ihn mal weg. Ey, das ist neben dir! Neben dir! Da! Ist es der Admin? Ja. Achso. Ich klatsche ihn mal. Komm, wir laufen in die Richtung. Ich renne ihn auf. Nice, Alter, Mumu. Upsi. Genau, wir verballern unsere Blöcke ein bisschen. Ja. Ich wollte es immer mal machen. Echt? Ja. Ich hab im Fight-Projekt gar nicht ein Grab für dich gebaut. Nicht? Nee. Ein Grab. Jo, da war's schon wieder. Vorsicht, Creeper. Ach komm. Alexi, hoch! Sollen wir eigentlich noch die ja Brust mal bauen? Nö, nö. Bauen wir nicht. Ich hab auch die ja. Mach mal vorm Fight. Hm, hier riech's echt kein Zuckerrohr. Zuckerrohr, ja stimmt. Ah, weil Kühe fahren, man kennt mal, oder? Für Bücher. Jeder. Wo ist der Enderman? Wo drüben? Komm ich nicht hin. Oder? Wollen wir da drauf gehen auf den Enderman? Haben wir eine Enderpearl? Ja, mach mal. Ich geh hin. Und gleich die Spinne weg snacken. Das sind zwei Skelette. Müsstest du mitmachen? Ja. Ja. Eine Skelette hat einen verzauberten Bogen, Alex. Ja. Du bist auf das, äh, du bist auf das rechte Skelette. Warte, warte. Okay. Mach nur. I use the more. Jo, geil. Alex, bis du da bist. Bis morgen. Ja, gestern hab ich zugeschaut. Enderman, wer kennt ihr das mit Feen? Die Feen? Die Feen? Ja. Ja. Hey, Enderman, Creeper. Creeper. You? Hey, da ist das coolste. Explosionen Ding. Back here. Last. The Witch. Joa, der hat mit der war nicht gute Erfahrung, Mann. Jo. Schießt mir den Bogen auf. Auch egal. Lass ihn schießen. Lass schießen. Wir brauchen ein Zuckerrohr. Sollte man so verjumpen wie du durfst. Weiß nicht. Schade. Ich hab gedacht so ein Enderman dabei war nur ein Pferd. Ein Pferd. Hey, kriegen wir von dem Pferd ein Leder? Hast du nicht? Halt, ich probier's mal raus. Gibt's doch nicht, dass wir keinen Zuckerrohr finden. Ist das wahnsinnig lang, oder? Ah, da. Jaja, wir gehen mal hier drüber. Hier lang. Wie viel Essen hast du noch? Je, hab noch. Ah, guck. Fleisch und vier. Ehm, fünf insgesamt. Ich hab noch acht gebratene Schweinefleisch. Okay, das ist cool. Hab ich gerade so gefunden. Kannst du die Skelette auch mitnehmen? Vielleicht kriegst du einen Bogen. Ich hab einen Bogen sogar schon tatsächlich. Auch wieder Wasser, aber kein Zuckerrohr. Ich glaub jetzt einfach mal hier runter unten. Das sind Zombie mit Lederrüstung. Hm. Aber wie gesagt, Spinnen noch töten, gell? Sicher, sicher. Oh, ich hab einen Iron Sword gekriegt. Der Eis braucht mein Leben. Ach man, das gibt's doch nicht, dass wir keinen Zuckerrohr brauchen. Yo. Gönn dir. Hey, wo ist denn da Wasser? Wo ist denn du? Neben dir. Okay. Witch, Vorsicht. So langsam brauche ich wieder was zum Essen. Eine Viere habe ich zwar nachher, aber... Ist dann schneller weg, als man schauen kann? Da hinten ist... Keine Ahnung. Oh, Skelette, Creeper, 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 Creeper... Ich kann einfach durch, Alter. Aber wie auch immer. Mir egal. Es geht so nicht, dass hier kein Zuckerrohr ist. Ja, das Problem haben wir eigentlich schon immer gehört. Yo, ihr geil! Der Bogen hat mich einmal über die Schlucht geschossen. Ah, über das Wasser. Boah, das gibt's doch nicht! Hey, der will uns nur ablenken. Sagt dir das? Das und doch, wir finden eh kein Zuckerrohr. Ja. Wirst du... Also du warst schon, ja? Ja. Warte nicht. Warte, schau mal kurz da rein, die dort an die Pilze. Nein, aber noch keiner. Alter! Hm? Kann doch nicht sein! Bist du entlang rein, da unten? Ja? Bist du das Wasser entlang rein? Ja, ja. Wo willst du sonst Zuckerrohr finden, Alter? Ja, sicher. Warte, gib mal Slash Time ein. Geht nicht, Alter. Äh, VL. Oder so, oder frag mal den Admin, da kannst du ja sagen. Slash VL? Na. Ja, hast du in den Chat geschrieben? Slash Zeit? Na, nicht, Alter. Läufst du überhaupt noch, oder bleibst du stehen? Nein, ich reine. Ah, wo bist du? Das gibt's doch nicht! Wo bist du? Ich bin einfach dem Wasser. Folge einfach dem Wasser! Okay. Wir haben Enderman. Ja. Ja, gar. Keine Hase. Was ist Foto überhaupt? Ich bin mir ganz sicher, was Hasen sind droppen. Hasenpfote. Hasenpfote. Du brauchst aber nur für... Pränke wahrscheinlich. Was? In einer Minute? Ja, nice. Sollen wir um? Ja, schön die ganze Folge mit... Mit Zuckerwunden. Ja, wir sollten uns mal zusammenfinden, oder? Nein, ich will jetzt Zuckerwunden finden in der Folge. Ja, okay. Bist du immer ein langer Rennen ins Wasser? Ja, ja. Immer da, wo ich vorhin auch langer laufen bin. Hä? Habe ich schon wieder gesagt, oder? Das gibt es doch nicht, ey. Darf man überhaupt... Ähm... Hä? Warte mal. Eier benutzen. Eier nein. Eier nein. Eier und Angeln verboten. Alex, siehst du mich? No. Hier oben auf dem Berg. Hier oben auf dem Berg. Links, rechts. Geradeaus weiter. Hier oben. Siehst du mich rechts oben? Ja, sicher. LOL. Die Folge wieder sinnlos verschwendet. Ja, ist wie immer, oder? Okay, bleib da. Aber nicht im Wasser, gell? Ja. Nice. LOL. Leute, sinnlose Folge. Sorry, aber dafür können wir auch nicht. Ich hoffe, die nächste Folge wird besser, wenn wir wieder Zucker raus suchen. So ist es, ja. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpasst wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.